Nice Ausfit, Magic Bro. Blau und Blue. Richtig nice. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu M9. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich hab's verloren, Alter. Ich hab' hier. Ich hab' hier. Ich hab' hier. So, Freunde. Wir machen uns gerade ready fürs Beintraining. Wir haben heute D-Load auf dem Programm, Unterkörper. Wir haben ja im letzten Video gesagt, dass wir quasi Ober- und Unterkörper machen. Wir fangen mit Unterkörper an. Ich hab' mich gerade mit dem Shaker geschlagen. Es hat ein bisschen weh. Auf jeden Fall. Wasser kommt mit. Willi kommt heute auch mal mit. Ne? Ausmaßweise komm ich heute mal mit. Lego. Ab geht's. Ab geht's. So geht's, ja. Freunde, erstmal. Outfit of the day. Meine weißen Adias-Schuhe. Weiße Adias-Socken. Primer-Kose. Und ein Process-T-Shirt, was ich von Willi bekommen habe. Weil ich dachte, jetzt Oberkörper dran. Super. Schön fürs Sport. Für'n Sport. Sehr elastisch. Sehr angenehm. Jetzt komm! Ich hab' Schlüssel. Aber ich hab' meinen. Los. Genau so'n Ding ist das nämlich. Ne, Willi? So wird Monte sagen. So'n Ding war das. Kurz Uhros fahren. Super. Danke, Monte. Ciao. Ja. Hast du getankt, oder? Ja. Oder fahr' ich deswegen, weil der fällt? Ne, ich hab' getankt, Bro. Superschönes Wetter. Ja. Also für mal. Kann man schon machen. Ist okay, aber... Ich erwarte mir das schon noch mehr. Ich auch. Wieder Progression sehen. Ja. Ich streng' nicht an. Da ist noch was drin. Wir sind jetzt beim Gym angekommen. Heute etwas später als sonst. Ich hab nämlich noch das Video fertig geschnitten. Habt ihr ja vorhin gesehen. Oder habt ihr gar nicht gesehen. Ich hab' das Video fertig geschnitten. Auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen. Genau das Messi-Video, wo wir einen Tag lang wie Messi gegessen haben. Und war auf jeden Fall lustig. Wenn ihr's noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne auschatten. Und... Jetzt geht's erst mal. Nice. Leg day train! Hi. Was geht? Wie süß ist die eigentlich? Hallo. Ich hab' den hier probiert das erste Mal. Und Leute, ich mag keinen Peanut eigentlich. Hier ist Peanut drin und der schmeckt richtig geil. Echt? Der schmeckt richtig geil. Du magst Peanut also doch. Nee. Ja. Welcher ist denn das? Der Heller. Kann man sich eigentlich mal gönnen so ne? Der ist schon echt geil. Das Warm-Up bin natürlich auch am D-Lot durchgezogen. So. Der ist noch Orausheft. Der ist noch Oihef. Ja, nur noch Oraushefen. Zwei, drei Goh. Up. Komm mal bitte! Zaubern. So, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Boah, Digga, Alter, du hast halt gerade so gebasht. Ja, habe ich gesehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt kurz noch das Video fertig. Dann zischig und ich habe so heftig Hunger gehabt auf der Fahrt. Und wir hatten noch so eine Packung Patis im Auto. Die hatte ich schon angebrochen, also war so drei Viertel drin. Und ich habe Willi dann so drei Stück übergelassen. Auf jeden Fall habe ich die fast vernichtet. Ich habe Willi drei Stück übergelassen, dass der Wolfgang, die mag die nicht, weil die so Joghurt-mäßig sind. Du magst Joghurt nicht, ich biete die auch keine Hand. So. Okay, Freunde, es ist der Aufbau. Und im Aufbau kann man sich auch mal ab und zu was nice genehmigen, ne, Willi? Gerade erst mal Gummibärchen. Ey, sei nicht so, Bro. Sei nicht so, oh, warte, ah, du bist Ultra-Iso, drei Milliarden. Da kann ich alles schelter wegen draus. Nee, jetzt alles gut. Ich habe gerade geselfen. Gerade jetzt mal nicht an. Brigadell, Freunde. Oh, was ist ein Live. Und was gibt es dazu noch? Nur, nur. So, wie sein muss es, Freunde. Aber wir brauchen auch noch irgendwas Gemüseartiges. Ja, Gemüse machen wir dazu. Schauen wir mal, hast du irgendwas in Tiefkühle oder so? Ja, unten. Ja, okay, nehmen wir das, oder? Machen wir so. Dann haben wir auch die Greens. Nice. Nice. Zack, das kann ich so sehen lassen. Einen guten. Freunde, ich merke heute einfach extrem, wie krank notwendig dieses D-Lot-Training diese Woche ist. Jedes Mal, wenn man D-Lot macht, merkt man erst, wie erschöpft man ist. Also, gefühlt habe ich das Gefühl, gefühlt habe ich das Gefühl, dass ich glaube, ich sehe gerade aus wie so eine richtige Schwabbelbacke, wenn ich so liege, oder Arto? Nein, überhaupt nicht. Aber jedenfalls habe ich, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dass ich heute komplett Schrott bin. Also, ich verzichte auch auf Koffein. Ich denke, das liegt auch ein bisschen daran. Aber ich denke, das hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Wenn man dem Kopf die ganze Zeit signalisiert, okay, jetzt Power, 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 dann kann er auch die ganze Zeit machen, 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 bis halt irgendwann der Punkt erreicht ist. Wo man dann vielleicht irgendwann so erschöpft ist, dass sein Immunsystem ein bisschen zu schwach ist. Vielleicht sogar anfängt, ein bisschen zu kränken. Also, was ich sagen will, Mindset ist richtig, richtig wichtig. Die letzten drei Monate ging komplett ohne D-Lot, weil man sich immer darauf eingestellt hat, richtig zu rasieren, beziehungsweise das Training heftig durchzuziehen. Und jetzt, wo die D-Lot-Woche ist und man so dem Körper so quasi im Kopf sagt, ja, diese Woche wird ein bisschen ruhiger, was Training angeht, merkt man direkt, dass der Körper ein bisschen heftiger abschaltet. Also, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, endlich mal wieder einen D-Lot zu machen. Nach dem Essen geht es auch ein bisschen jetzt langsam, aber heute ist so ein Tag, den eigentlich jeder hat, wo man sich einfach manchmal ein bisschen low energy fühlt. Aber da solltet ihr auch nicht irgendwie versuchen, euch künstlich komplett hoch zu hypen. Solche Tage gibt es sowas ist menschlich und solange es ab und zu mal vorkommt, dass man mal einen Tag hat, der ein bisschen ruhiger ist, geht das auch vollkommen klar. Ja, was sagst du dazu, Arthur? Ja, finde ich gut. Hammer. Ich finde gut, wie du das alles auf den Punkt gebracht hast. Danke. Für mich geht es heute super. Du bist auch einfach nur ein Superman. Trotzdem, ich hatte heute auch einen sogenannten Kaffee, einen. Ob es da liegt oder nicht, lässt sich jetzt diskutieren, aber es liegt auf jeden Fall eine Desinfektion. Freunde, so sieht das übrigens aus, wenn wir... Wenn wir mieten, um das auf den Punkt geht. Auf einmal hält er so ein Riesengerät in die Kamera, alter. Mann. Riesengerät, alter Schwede. Bei uns fangen eigentlich immer die Meetings so lustig an, also bevor wir irgendwie, ich weiß nicht, ernst werden. Wir gehen immer fünf Minuten, wo wir einfach nur komplett albern sind und wenn ihr wirklich nähere Infos haben wollt, was wir überhaupt genau machen, also ihr wisst ungefähr, dass wir Content produzieren, dass wir Content ausspielen. Ja, wie wir alles planen oder ich weiß nicht, was man da alles sagen könnte, beziehungsweise ich weiß schon, was man euch mitteilen könnte, aber ob es euch interessiert, ist die andere Frage. Falls es euch interessiert, dann könnt ihr einfach Hashtag Coop in die Kommentare schreiben. Dann werden wir ein bisschen mehr in irgendeinem Vlog über unser Unternehmen reden, was wir eigentlich, beziehungsweise wie wir eigentlich unser Hauptgeld verdienen, sage ich mal. Also wir verdienen natürlich auch durch Sponsorings, das ist ja kein Geheimnis, das Proz ist. Unser Sponsor ist und wir dort einen Vertrag haben. Wo wir auch Geld bekommen, natürlich, das machen wir mit gutem Gewissen, weil die Produkte einfach weltüberragend sind. Ihr seht, Leute. Ja. Hier noch von der Fibo von Animal. Schmeckt auch recht gut. Wir hatten so einen fetten Riegel von Rosie, haben wir den bekommen. Dann den hier habe ich von meiner kleinen Schwester bekommen zum Geburtstag, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte. Alle Melty Bars und Pau Cookies sind einfach leer. Da werden natürlich erstmal ein paar neue kommen und zwar ist es ja Anfang Mai. Sprich, wir haben wieder einen Bestellwert, den wir jeden Monat zur Verfügung haben. Das heißt, Pau Cookies und Melty Bars werden bald wieder kommen. Weih ist auch fast leer. Organic Protein ist auch fast leer. Das bestellen wir auch jeden Monat. Also veganes Eiweiß einfach, damit wir ein bisschen, dass wir unser Protein so, ich sage mal, so vielfältig wie möglich einfach zu uns nehmen. Mal durch Morgenprotein, mal, ich glaube, das ist Erbsenprotein. Eisprotein, das ist, glaube ich, so eine Mische, das Organic Protein von Rose. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, vor allem im Geschmack Vanille ist mein Lieblingsgeschmack. Art ist auch. Ja, das ist auch leer. Das heißt, eine neue Bestellung muss kommen. Hier habe ich gerade erstmal 500 Gramm Mara-Quark zum Abend gehabt. Plus 52 Gramm Rote Grütze. Oder wie heißt das Rote Grütze? Klingt auf jeden Fall echt richtig lustig, meine Rote Grütze einfach. Das soll es auch gewesen sein mit dem Vlog. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Ich weiß gar nicht, wie lange er ist. Kann sein, dass es ein bisschen größer ist als sonst. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir dann sehen. Auf jeden Fall hoffen wir euch, hat dieses Video gefallen. Wenn ja, wir würden uns über den Daumen nach oben freuen, über den Abo und über den Kommentar. Und ich würde sagen, bis morgen, Freunde. Bis zum Morgen. Bis zum nächsten Mal.